Ich fand die Show abartig, mega gut. Hat mir total gefallen. Abartig. Ich bin wirklich geflasht. Kann ich nur empfehlen. Wir sind alle hier, um neue Zeichen zu setzen und auf der Bühne passieren ganz neue Dinge und fantastische Dinge und darum glaube ich schon, dass auch diese Show neue Zeichen setzt.